Gottfried Stutz, meine Eltern. Furchtbar mit denen. Sag mal, wieso schaust du dir im Menü an? Nein, das mache ich gar nicht. Hör auf, musst du etwas sagen? Ja, was ist? Wenn ich gerne streicht. Ist das denn so dringend? Warte, es ist so dringend, dass es vielleicht nicht mehr dringend ist. Alter, komm, mach mal etwas. Und du? Du bist doch noch nie nachgeguckt. Ja, weisst du, ich bin auch nicht immer das Braves. Nicht so. Muss ich wirklich noch raufkommen? Ist das schon schwach? Nein, jetzt komm rauf, der Posse. Was sieht da nicht? Nein, komm dir hin. Ja, ich freue mich mega an die Düpen, Sonnenstrand und Party. Ich bin richtig. Finde ich bei meinem Vorzimmer knackt. Musik You get it? No.